Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Pandas. Heute mit einem kleinen bisschen einem Experiment, möchte ich sagen, denn wir wollen heute mehrere DataFrames miteinander kombinieren. Also für mich ist es natürlich kein Experiment, für euch vielleicht schon. Und ja, was wir hier Schönes für euch haben, ist folgendes. Wir haben hier mehrere DataFrames, DataFrame 1, 2 und 3, die jeweils dieselben Indizes haben, 0, 1 und 2, und jeweils dieselben Spalten, A, B und C, jeweils großgeschrieben. Wenn wir 1 und DataFrame ausgeben, das sind zufällige Zahlen, wenn wir 1 ausgeben, sehen wir das da. So, jetzt wollen wir, dass wir hier mehrere DataFrames miteinander kombinieren in ein DataFrame, das heißt aus mehreren mach 1. Das ist sinnvoll, wie gesagt, falls ihr zum Beispiel mehrere Tabellen habt von euren Kunden. Was ihr höchstwahrscheinlich haben werdet, sobald ihr mehr als einen Server habt, weil ihr vielleicht Loadbalancing und so weiter von mehreren, äh, mehr als eine Datenbank habt, sorry, vielleicht, weil ihr da verschiedene Server in verschiedenen Bereichen der Welt habt. Ähm, zum Beispiel. Und ja, da kann natürlich auch verschiedenstes Zeug anfallen an Daten. Die muss man auch wieder zusammenkriegen können. Das machen wir heute. Okay, also euer Grundgerüst sieht dann so aus. pd.concat. Und concat liefert uns jetzt die Funktion aus Pandas, die wir hier verwenden können. Und zwar einmal eben für die jeweiligen Frames. Das bedeutet, ähm, wir packen hier df1 rein, wir packen df2 rein, wir packen df3 rein und schauen mal, was dabei rauskommt. Achtet darauf, wir haben dieselben Indizes und dieselben Spalten. Jetzt ist das ein kleines bisschen verwirrend geworden. Es ist richtig, soweit wir das hier festgelegt haben. Ähm, wir haben hier die Spalten a, b und c. Okay, und unter diesen Spalten haben wir jeweils die Werte. Das heißt, unter a haben wir das erstmal. Das ist der oberste Wert hier, den wir beim DataFrame 1 generiert haben für a und b und c. Also die erste Zeile sozusagen. Dann kommt das hier als zweite Zeile, das hier als dritte Zeile. Okay, soweit so gut. Problematisch wird es jetzt hier, weil wir haben hier denselben Index nochmal. Und ja, das geht. Dummerweise geht das. Ähm, da wird nichts neu berechnet oder sowas. Nichts wird irgendwie anders gemacht. Wir haben hier denselben Index gewählt. 0, 1 und 2. Und naja, dementsprechend haben wir hier halt auch dieselben Indizes. 0, 1 und 2. Und genauso beim letzten eben. Wenn wir den Index hier weggelassen hätten, weil wir haben ja mit einem Dictionary erstellt, dann sähe das so aus. Ähm, dann haben wir hier nämlich auch 0, 1 und 2. Also es ist im Endeffekt kein Unterschied. Ich wollte nur explizit hinschreiben. Wenn wir den Index gleich wählen, dann wird der Index auch gleich erscheinen. Wir haben dann mehrere Indexnummern, die gleich sind. Die sind nicht unique. Ähm, verrückt wird es allerdings, wenn wir hier in Concert noch ein kleines bisschen genauer reinschauen. Denn Concert ist wahnsinnig mächtig. Ich gehe hier mal kurz drauf. Und zwar sehen wir hier Objects. Das haben wir jetzt gerade genommen. Das sind quasi diese Data Frames, die wir hier reingepackt haben. Wir können aber auch die Achsen umstellen. Das wäre der nächste Parameter. Das heißt, wir können hierher gehen und die Axis auf 1 stellen statt auf 0. Ähm, dann passiert was Seltsames. Ähm, ja. Sieht dann so aus. Also es ist noch nicht komplett verrückt. Dadurch, dass wir jetzt dieselben Indizes genommen haben, geht auch das absolut klar. Dann wird eben nicht hier die Zeilen untereinander angefügt. Also wir haben nicht dann mehrere Zeilen, sondern wir haben quasi mehrere Spalten. Wir fügen die Spalten nacheinander ein. Das heißt, wir nehmen die Spalten A, B und C von unserem Data Frame 1. Danach machen wir neue Spalten A, B und C von unserem zweiten Data Frame und so weiter und so fort. In den meisten Fällen, ähm, werdet ihr eher die, äh, Zeilenvariante brauchen. Aber die Spaltenvariante macht natürlich unfassbar viel Sinn. Nehmen wir an, ihr habt eine, eine User-Tabelle. Ja, ihr habt User. Und, ähm, in der einen Tabelle sind ID und Name und Adresse und von mir aus noch die E-Mail drin. Und in der anderen Tabelle ist genauso der User, ja, jeweils auch mit der ID. Oder braucht man nicht mal unbedingt, ähm, aber in unserem Fall wäre das vielleicht sowas möglich. Ähm, dann haben wir hier vielleicht irgendwelche Statistiken. Zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt an Gaming denken, ja, viele von euch sind wahrscheinlich auch Gamer. Ähm, dann vielleicht die Abschüsse pro Match oder sowas, KDA-Ratio, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, und wenn ich die dann natürlich nebeneinander hänge, dann funktioniert das wunderbar. Dann macht mir das auch überhaupt nichts aus, wenn hier die Spalten anders heißen. Während, wenn ich zwei Tabellen mit Usern habe und die untereinander haben möchte, dann macht das natürlich herzlich wenig Sinn. Dann habe ich nämlich am Ende hier User, dann nochmal ID, Name und so weiter und so fort. Dann habe ich quasi dieselben Spalten nochmal. Und da möchte ich natürlich die User untereinander hängen. Dann nehme ich Axis gleich 0. Also hier völlig egal, ähm, bei uns funktioniert beides. Aber in manchen Fällen Axis gleich 0, in anderen Fällen Axis gleich 1. Ähm, ja, beides, beides in der Praxis eigentlich wichtig. Okay, es gibt aber auch andere Varianten. Und zwar einmal haben wir hier, äh, und dazu muss ich das ein kleines bisschen variieren. Ähm, wir gehen jetzt hier mal her und nehmen mal die, die Indizes 3, 4, äh, 3, 4 und hier sagen wir auch 3, äh, 3 und, ähm, 5. So. Und was wir jetzt machen ist natürlich, wir bekommen im Endeffekt genau das, was wir vorhin hatten, auch wieder. Das ist seltsam. Ähm, das gebe ich zu. Die Indizierung ist komplett bescheuert. Aber, ähm, was wir jetzt noch machen können ist, wir können aussuchen, soll es denn ein Union, also eine Vereinigung von allen Werten sein, oder sollen nur die Werte mit Schnittmengen genommen werden? Ähm, und jetzt, äh, ich habe glaube ich die falschen Werte genommen. Egal. Ähm, jetzt nehmen wir mal Join ist gleich. Der Standard, wie gesagt, ist hier Outer. Das ist ein Outer Join, ein Union sozusagen. Das ist das Union. Und mit einem Inner Join, das wäre dann die Intersection. Und die Intersection sieht hier so aus, dass wir das hier so bekommen. Ah, in unserem Fall. Ja, äh, sieht man keinen Unterschied dabei, weil ich die falsche Achse genommen habe. Ich wollte natürlich Achse 1 nehmen, ähm, aber geht natürlich auch für die Achse 0. Da muss ich halt die Kategorien hier ändern, statt die Indizes hier unten. Ähm, was passiert ist im Endeffekt folgendes. Bei, okay, das war, da war ich zu rabiat. Ähm, gehen wir mal hierher und nehmen hier mal die 2 rein. Und hier unten nehmen wir mal noch die 0 mit rein. So was. Genau. Okay. Also, was wir hier haben ist im Endeffekt, wir nehmen uns die Zeilen oder, also in unserem Fall, weil wir hier die Achse 1 genommen haben, nehmen wir uns die Zeilen, wo alle denselben Index haben. Also das heißt, wenn ich hier den Index 0, 1 und 2 habe. Okay, nehme ich erstmal alles. Beim nächsten Element, also bei meinem DataFrame 2 habe ich 0, 2 und 1. Das heißt, äh, 0, 2 und 5. Das heißt, ich schmeiße die 5 raus und ich schmeiße hier die 1 raus, weil die beide nicht dieselben sind. Das ist kein Union mehr. Das ist keine Vereinigung, sondern alles, was nicht gleich ist, wird rausgeschmissen. Okay, nächster Schritt. Hier unten habe ich die 0, 4 und die 2. Naja, wir haben die 0 und die 2 hier. Die 5 und die 1 sind schon rausgeflogen. Hier fällt noch die 4 raus. Und dementsprechend habe ich hier nur noch die Werte 0 und 2. Achtet auch darauf, dass ich dann natürlich hier die Spalten wieder habe, weil ich hier Achse 1 eingestellt habe. Bei Achse 0 ist das natürlich hier völlig egal, in dem Fall, ob ich einen Inner-Join oder einen Outer-Join habe, weil ich dieselben Spalten habe. Ich habe hier jeweils Spalte A, B und C, A, B und C und A, B und C. Jetzt kleines Beispiel. Wir nehmen hier mal A, B, C. Hier nehmen wir A, B, D und hier nehmen wir A, D, C. Und wir haben hier als Join den Inner-Join ausgewählt. Das heißt, die Intersection, die Überschneidung. Was rauskommt, ist natürlich nur Spalte A. Spalte A ist in DataFrame 1 vorhanden. Spalte A, B sind in DataFrame 1 und 2 vorhanden. Aber in DataFrame 3 ist B auch nicht mehr vorhanden. Das heißt, es bleibt nur noch A übrig. Und wenn wir hier Join-Outer machen, das ist der Standard. Wie gesagt, wenn ihr nichts ändert, passiert das. Dann bekommt ihr... Oh, das ist schlecht. So, sorry. Ich weiß nicht, was da manchmal los ist. Ich glaube, ich habe einen Bug entdeckt bei der IDE oder bei irgendwas auf jeden Fall. Wenn wir ein Outer-Join machen, werden die Werte, die wir nicht haben, also sprich da, wo D ist im ersten Bereich, C im zweiten Bereich und B im dritten Bereich, wird einfach NAN ergänzt. Das heißt, bei Outer-Join erweitert ihr eure Tabellen. Bei Inner-Join schneidet ihr sie. Union vs. Intersection. Also Outer ist Union, Inner ist Intersection. Kann man sich eigentlich recht gut merken. Okay, das ist vielleicht ein großer Unterschied jetzt gewesen, ist aber auch wichtig. Und hier kommt es auch wieder mega auf die Achse drauf an. Deswegen widme ich dem auch ein ganzes Video. Wenn wir jetzt hier das Ding übrigens auch noch weiterspinnen, dann kann man hier auch noch Keys eingeben. Oh, ups, ich sollte es vielleicht in der richtigen Funktion machen. Keys eingeben. Und zwar, Keys sind eine Art, um hier Multi-Index-Arrays oder Tabellen zu bauen. Und hier kann ich quasi für mich angeben, wie sollen die Dinger eigentlich geuniont werden oder vereinigt werden. Das bedeutet, ich kann hier sagen, okay, ich hätte ganz gerne klein a fürs Erste, klein b fürs Zweite und klein c fürs Dritte. Das sieht dann so aus. Wir kennen das auch schon mit den Multi-Index-Arrays. Das hier war mein erstes DataFrame. Naja, es wurde halt ergänzt um Spalte D, ist klar. Das hier ist mein zweites DataFrame, was auch ergänzt wurde um eine Spalte. Aber ich muss jetzt im Endeffekt, wie bei einem Multi-Index-Array, äh, DataFrame, sorry, muss ich hier natürlich erst wieder auf B zugreifen, als hätte ich mein DataFrame noch quasi separat in der Hand. Als hätte ich quasi einfach nur diese DataFrames jetzt zusammengemerged, okay? Und das ist sozusagen der Unterschied hierbei. Wenn ich die Keys einsetze, dann habe ich dieses Multi-Index-Array, während wenn ich sie nicht angebe, habe ich das nicht. Es gibt noch eine zweite Art und Weise, das anzugeben. Machen wir mal mit Levels und hier sehen wir dann, okay, da wird es ein bisschen komisch. Wobei, ich müsste da eigentlich die Keys auch mit angeben. Ich würde euch nicht die Levels empfehlen, ich würde euch wirklich immer die Keys empfehlen. Damit habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Also die Levels habe ich, glaube ich, praktisch einmal benutzt oder sowas und das war auch nicht so produktiv. Genau, und ja, damit könnt ihr relativ schnell DataFrames miteinander kombinieren. Alternativ gibt es auch eine weitere Funktion, die nennt sich, also die ist nicht auf Pandas direkt, sondern die ist auf einem DataFrame. DataFrame 1.append gibt es auch. Da kann man quasi einfach ein anderes DataFrame anhängen. Und wir gucken mal, nehmen wir einfach mal DataFrame 2 und schauen uns das mal an. Den Call hier werde ich kurz ausklammern. Sieht dann so aus. Und ja, natürlich ist das quasi genau dasselbe. Also wir machen hier auch wieder ein Outer-Join, erstmal standardmäßig. Ähm, und wir können hier auch wieder einzelne Variablen, ähm, verändern. Allerdings sehen wir hier bei Append sind wir nicht ganz so mächtig aufgestellt. Ähm, Append hat hier zwar einige Möglichkeiten, aber ja, ist halt nicht ganz so, ganz so krass wie, äh, wie Concert. Deswegen, ich würde euch am ehesten Concert empfehlen. Append macht halt Sinn, wenn ihr quasi einfach nur zwei Tabellen habt und die kurz mal aneinander packen wollt. Und deswegen hier noch kurz was auch zu, ähm, Concert wieder, ähm, dann machen wir das hier wieder raus. Und zwar, wir machen jetzt mal die Keys hier wieder weg. Aber wir können hier auch noch zum Beispiel angeben, ob wir die Indizes ignoren wollen. Ignore Index gleich, sagen wir mal True dazu, standardmäßig ist False offensichtlich. Ähm, und dann sieht das Ganze so aus. Dann haben wir nämlich hier drüben keine komischen gebrochenen Indizes mehr. Also sie werden tatsächlich verwendet beim Joinen, das ist richtig. Aber, ähm, danach werden sie halt ignoriert. Also, im Endeffekt ist es als, ja, als würden wir hier einfach neu durchnummerieren. Und deswegen mag ich diese Option eigentlich ganz gerne. Weil in den Fällen, wo man das dann wirklich unten drunter hängt und dann einfach NAN-Werte hintendran vielleicht noch hat, braucht man eigentlich die alte Indexierung nicht mehr. Die macht meistens nur noch das Zeug kaputt. Und deswegen Ignore Index gleich True funktioniert ganz gut. Man kann dazu, oh, das war das Falsche. Man kann dazu auch durchaus noch Keys angeben. Ähm, ich mach mal hier eine. Liste aus, Liste aus A, B, C und, äh, brauchen wir D? Brauchen wir? Ne, wir haben drei. Bestimmt A, B, C. Ähm, genau. Dann haben wir hier das da. Aber, ja, ihr seht selbst, wie viel Sinn das macht, die Keys hier anzuhängen. Das passiert halt einfach nichts. Ähm, genau. Dann haben wir aber trotzdem auch noch die Option, das Ganze direkt zu sortieren. Ähm, wir können hier mal Sort auf True setzen. Und mal schauen, was dabei passiert. Äh, es ist hier tatsächlich eigentlich gar nichts passiert, weil wir, wie gesagt, die Indizes sowieso, ähm, ignoriert haben. Und dann passiert hier eh relativ wenig. Manchmal könnte das vielleicht bei euch von Nutzen sein. Ähm, ich mach mal hier. Ich hab die Keys mir schon wieder nicht zwischengespeichert. Ich, sau. Ähm, okay. Also Liste von A, B und C. Okay, damit ihr alle Optionen mal hier kennt, die vielleicht relevant sind für euch. Auch wenn jetzt in diesem Fall nicht alle irgendwie sinnvoll sind. Gut. So, selbstverständlich. Als allerletztes, um das Ganze konkatenieren hier abzuschließen. Selbstverständlich ist das hier alles, ähm, auch möglich mit Series, ja. Das heißt, ihr könnt hier auch Series in ein DataFrame einfügen. Das geht, ähm, wenn man hier im Endeffekt dann einfach eine neue Zeile einfügt, wäre das überhaupt kein Problem. Okay, oder eine neue Spalte, je nachdem, welche Achse ihr hier nehmt zum Anfügen. Also ihr könnt einfach eine Series reinfügen, einfach auch dem einen Key zuweisen. Ihr könnt mehrere Series aneinander fügen. Das ist nicht auf DataFrames begrenzt, sondern kann auch mit Series gemacht werden und funktioniert wunderbar. Ja, das war's hier auch schon wieder dazu, ähm, und ja, freut mich, dass ihr so lange noch durchgehalten habt. Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.